Ich glaub, wir sind zurück. Sind jetzt zurück! Pass auf, dass du dir nicht abkreibe. Ja, ja, aber... Ich geb dir ne Schutzweste. Hier, 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 nimm. Ich hab einen, ich hab einen! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Digga. Sehr gut. Ja, Mann, das mach ich alles nur für dich. Okay, ich hab Schutzweste wieder an, ich cover dich, ja? Danke dir, Digga. Verschwinden Sie, verpiss dich, Digga! Es sind noch zwei da! Ey, ich hab keine Munition, Mann! Verschwinden Sie! Verpissen Sie sich! Wir bringen euch alle um, Mann! Wir bringen euch alle um, verzieht euch! Ich hab noch einen! Was? Aufhören zu schießen, Mann! Verzieht euch, verdammt! Aufhören zu schießen! Aber Sie dürfen auch nicht schießen, ja? Wir schießen nicht, Ihr schießt nicht! Ja, okay! Komm! Ich möchte den Herrn Thoth sprechen! Ja, ich bin hier! Herr Thoth, hören Sie mich! Ja, ich komm mal ein Stückchen nach vorne, nicht schießen! Kommen Sie rein, auf Sie schießen wir nicht! Nur Sie kommen vor! Ja, jetzt geht raus, geht raus! Alle raus, alle raus! Es gibt genug Tote hier, los, raus, raus, raus! Es wird nichts passieren, kommen Sie doch hier rein! Es gibt einen oder anderen Kollegen noch mit, der hier am Boden liegt. Darf ich reinkommen? Kommen Sie rein! Ja, 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 rein, rein, rein mit dir! So, ich muss dich absichern, sicher ihn ab, sicher ihn ab! Soll ich ihn kabbeln? Nein! Nee, nee, alles entspannt! Fucking sleeper, Mann! Sofa, sichern die Tür ab! Also, was macht ihr hier schon wieder? Verdammte Scheiße, ich bin hier reingekommen und auf Ohrmehr wurde auf mich geschossen! Was soll ich machen? Wir müssen hier raus, irgendwie! Bringen Sie uns hier raus! Und ich glaub, ich hab zehn Polizisten abgekratzt! Oh, nee! Unten stehen mindestens noch mal 20! Oh! Jo, Mann! Wie kommen wir hier raus, Mann? Ich hab nicht mal verdammt noch mal Munition, Mann! Ey, Sofa, ich hab zwölf Kopsky-Hund, Digga! Ey, Tofa, wie bist du hier raus, Digga! Ja, lass mich kurz überlegen, lass mich kurz... Zwölf! Oh, ich hab zwölf Kopsky-Hund, Digga! Ich hab auch zwei oder einen oder... Keine Ahnung! Ja, ist ja auch von hier aus keine Kunst, wenn ihr da hinten auf dem Zug rauskommt! Ey, mach Mut, Samme! Ach, ihr macht wieder so einen... Ich bin zustande gekommen! Herr Toast, bitte geben Sie mir Ihr Wort, dass keiner hier freistimmen wird, bitte! Ich fliehe Sie an, Herr Toast! Es stimmt hier keiner rein, solange ich hier drin bin! Alles klar, Herr Toast, alles klar! Wie kommen wir hier raus? Es gibt keinen zweiten Eingang hier! Ich könnte... Nee, es gibt hier keinen zweiten Ausgang! Nee, geht's doch nicht! Gibt nur den Ausgang da hinten! Was machen wir jetzt? Ey, es sind so viele Leute gestorben! Was ist hier... Ich muss erst mal verstehen, was ist hier überhaupt passiert? Die Polizei ist hier einfach gestirbt, ohne einen Grund! Ja, und nicht mal Besuchdurchsuchungsbefehl! Gar nichts! Sie sind einfach reingestirbt, nur da mit den Waffen geht's! Ihr habt auch keinen Mietsvertrag! Ja, aber ich bin hier gar zu meiner Wohnung! Ja, Iris, als sind das deine Wohnungen? Ja, ist mir scheißegal, ob es was ist! Ich hab's gemietet, ganz einfach! Oder ich bin hier einfach eingeladen worden! Ja, ja, alles in Ordnung! Bleibt schön draußen! Ich seh nur noch, wie zwei, drei Polizisten auf uns ziehen und schießen, Herr Toast! Was soll ich denn da machen? Was hätten Sie denn gemacht? Ja, ihr habt mich gerade fast abgeknallt! Ja, dann müssen Sie schon sagen, dass Sie das jetzt... Ja, hä, wo soll ich das wissen, Mann? Ja, ich hab ja hier direkt gebrüllt, wo ich reinkam! Ja, ja, das war ja auch gut, das war ja auch gut so! Was machen wir jetzt? Oh, die haben unseren Mann erwischt! Ey, Toast, die haben Mahmoud erwischt! Ja, super, super, super! Ey, so ein Dreck! Wie krieg ich euch denn jetzt hier raus? Ich weiß nicht! Ich weiß auch nicht! Ich weiß nicht! Und unten stehen noch so viele Beamter! Ich hab ne Idee! Ich bin am überlegen, ob ihr mir jetzt vielleicht nicht einfach ne Knarre an dem Mann freitert, Ja, das ist die einzige Lösung! Das ist die einzige Lösung, ja! Aber das Problem ist... Ja gut, okay, passt auf, passt auf! Kann ich währenddessen eigentlich an mein Funkgerät greifen? Du funkst jetzt, hör mir zu! Du funkst jetzt und sagst, die haben mir eine Knarre auf die Pistole gesetzt und ich soll euch ausrichten, dass ihr nicht schießen sollt! Genau! Du funkst jetzt! Knarre an die Pistole! Du funkst jetzt zurück, ja! Äh, Leute, die halten mir eine Knarre an den Kopf! Nichts machen, nichts machen! Die wollen mit mir hier rauskommen! Nicht schießen! Ihr gefährdet mein Leben! Nicht schießen! Gebt das bitte weiter! Okay, du musst ihn an die Knarre! Ich hab keine Pistole, Digga! Ja, ja, brich um! Also nicht schießen! Alles geht sich, Mann! Okay, okay, du musst als erstes rauskommen! Ja, bleib zusammen! Ja, 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 ja! Bleib zusammen, bleib zusammen! Ey, ich lass mich hier wieder auf Sachen ein, ne? Verdammte Scheiße, Mann! Mach nur Blut! Guck mal, ey, yo! Was haben wir hier gemacht, Alter? Oh, nee, Digga! Das kannst du niemandem erzählen, ja! Oh mein Gott! Ey, soll ich als erstes raus, oder du? Was, ein Massaker! Sowas hab ich noch nie gesehen! Nee! Du musst als erstes raus! Du musst als erstes raus! Du musst als erstes raus! Ich geh als erstes! Ja, ja, ich bin gleich hinter dir! Ich hab ne Waffe an seinen Kopf! Erziehen Sie sich! So, so! Oh, bitte! Entspannen Sie sich! So, gehen Sie weg, Mann! Gehen Sie vor meinen Rücken! Gehen Sie runter! 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 Nicht schießen! Nicht schießen! Hier lang, hier lang, hier lang! Ja, ganz genau! Wir brauchen dieses Bundeswehrauto, ja? Moment, ich schau mal vor! Nicht schießen! Ist nicht offen, ich sag, die soll jetzt aufsperren! Einmal dieses Bundeswehrauto aufsperren! Machen Sie die Karre auf! Sofort dieses Bundeswehrauto aufsperren! Ist ja gut, ist ja gut! Fahr ein bisschen vor, damit ich direkt einschränken kann! Wir fahren da vorne hin! Fahr direkt da vorne hin und dann lassen wir ihn hier! Nee, nee, wir müssen ihn mitnehmen! Wir müssen ihn mitnehmen! Mach die Karre auf! Karre aufmachen! Sofort! Aufmachen! Die können den Urus dahinter bekommen! Der ist besser als unser Wagen! Sie hören mir jetzt zu, okay, Sie Arschlo? Das Auto ist immer noch abgesperrt! Ja! Sperren Sie diese Scheißkarre auf! Sofort! Bevor ich komplett ausraste! Sie wollen ja nicht, dass ihr Chef eine Kugel in seinen Kopf hat, oder nicht, hä? Mario und Louis, die arbeiten mal ein bisschen besser zusammen, um Pies zu retten! Ja, 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 da hat er recht, Digga! Verdammte Scheiße, Mann! Wenn ihr euch um Pies ihr Leben kümmert, ihr habt auch fallen lassen! Ich möchte nichts sagen, ne? Aber der Wagen wurde gerade ausgepackt und ist leer wie sonst was! Ich würde ihn den Urus empfehlen, anstatt den anderen Wagen! Ja, dann geben Sie mir den verschissenen Urus, Mann! Das ist mein Urus, du Arschloch! Was war denn das, Digga? Ja, dann fahrt mit ihm! Moment, Moment! Warum fahren wir nicht mit dem, Mann? Vollidiot, Alter! Steig rein, steig rein! So, besser nix machen, hä? Er kommt auf meinen Schoß! Keine Bewegung, ja? Verschwinden Sie! Steig dich an, steig dich an, steig dich an! Hab ich, hab ich, hab ich! Oh, nehmen Herr Toast an die Füße von mir runter, Digga! Herr Toast! Nimm die Füße runter! Oh, Herr Toast! Pfarrt, 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 Pfarrt! direkt in uns! Funk durch! Funk durch, dass wir, dass, dass du, äh... Dass wir dich nicht abknallen Und wenn die uns weiter hinterherfahren Dann knallen wir dich ab Funk das durch Weg hier Sofort weg Ey wir sind gefickt Fahr, fahr, fahr Wir haben den Herr Tooth Kannst du durchfunken Herr Tooth können sie durchfunken Hallo Verdammte Scheiße was Ist er unmächtig geworden oder was Oh ne ist er unmächtig Dinger Er Tooth Verdammt Ihr seid so hohl ne Ich hab noch mein GPS Sender dabei Oh ne Verdammte Scheiße So wir klennen das Stehenbleiben Ich hab immer mal ne Waffe an seinen Kopf Das wird jetzt ganz anders gespielt hier So warte Entspannen sie sich So warte Dreh dich um Und lass dein GPS Chip fallen Lass dein GPS Chip fallen Lass dein GPS Chip fallen Ja 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 Schnell Sagen sie ihren Kollegen Die sollen nicht schießen Herr Tooth Sagen sie das ihren Kollegen Wir werden nicht schießen Nicht schießen Nicht schießen Nicht schießen So Naja alles entspannt Alles gut So entspannen sie sich Ja besser ist es Wir werden dann nicht schießen Wenn sie nicht schießen Alles gut Wir lassen ihnen einen Kilometer frei Wenn sie uns hinterher fahren Erschießen wir ihn Ja wenn sie ihn an den Toast freilassen Kriegen wir das hin Wir werden nicht freilassen Verschwinden sie Verschwinden sie jetzt Verschwinden sie Oh Heres Hier sind wieder meine Füße Verdammte Scheiße Nein Nichts machen Nichts machen Du musst nicht auf dumme Ideen kommen Weiß ich doch nicht wo ich bin Und hat auf mich jetzt hier zuzulabern Der hält mir eine Knarre an den Kopf Ja die sind ein bisschen hartnäckig Boah Jungs ich muss nicht so konzentrieren Ich schwitze aus jeder Bruder hier Fahr zum Strand Wo ist der Strand Digga Weiter geradeaus Weiter geradeaus 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 Wir fangen gleich an dem Platzhut vorbei Verdammte Scheiße Oh Digga Bist du auch weg Digga Fahr weiter Fahr weiter Ganz schnell durch Links Gleich Ja links Rechts rein Rechts rein Verdammt Ey Digga Was macht das denn Bruder Das ist auch zu viel Action Wie viele Kops hast du abgeknallt Ich glaube 10 oder 12 So was in der Hand Ich wollte noch Digga Wir wollten noch nur ein Meeting Ein Scheiß Meeting So ja was Wo die laufs hier Nehmen die Knade weg Also nehmen die Knade vom Kopf weg Das meine ich So her Toast geht sich Jungs Alles okay Alles gut Alles gut Das war übrigens bequem Meine Füße auf ihrem Schoß Ja ne danke für den 5 Sub Digga Vaske Ihr macht schon wieder nur Soße Ne Die haben uns aber nicht Dafür stehe ich mit meinem Namen Ja das glaube ich ihnen Oh wir wechseln mal deine Scheiß Maske Digga Du jetzt kannst du dir nicht auch senken Diese Maske Ey das ist eine gute Maske man Ne ne wir werden die wechseln Ja aber was Ja aber was Aber was bringt ihnen denn die Maske Kai danke für deine 57 Mit der Maske Weiß man hundertprozentig Was sagen die im Funk Was sagen die im Funk Ich hör da ein bisschen was Die fahren jetzt Zum Blatthut Okay Warum zum Blatthut Ja wahrscheinlich Weil die dich wieder durch deine Maske erkannt haben Digga Ey man Ich hab so viel Scheiße Verdammt Die wissen nicht mal Dass ich mit dir gechillt hab Das hab ich auf Geheimen gemacht Jetzt bin ich gefickt Und ich krieg ne Anruf von Isco Oh ne Nicht Isco Was willst du Isco Ich hab euch da gesehen man Bei dem Polizeigingens Braucht ihr Hilfe Nein gerade brauchen wir keine Hilfe Okay man Ja ich ruf dich wenn ich dich brauch man Okay Und sieh zu dass du mal scheiß Revolver rankriegst Verdammt Ja man Meine Verbindung ist so schlecht Gierig Arsch man Wir brauchen jetzt einen Genieplan von ihnen Sie sind das Genie hier unter uns Ja sonst wären wir ja nicht hier Ich höre glaube ich Helikopter Wir müssen uns prallen hier Wir dürfen nicht so lange hier chill Ich bin jetzt erstmal aus dem Funk rausgegangen Damit ich mich überhaupt mal mit euch hier unterhalten kann Ja das glaube ich Krautsalat Genieplan Nummer 1 hat ja schon mal funktioniert Wir sind jetzt hier Ihr seid da rausgekommen Ja ja das ist ja das Wichtigste Ja und jetzt müssen wir uns noch was einfallen Ja ihr müsst euch dringend komplett umziehen Ja ja das auf jeden Fall Auf jeden Fall Kai danke die wiederführende Als allererstes bevor wir irgendwas machen Lass dich mein Oberteil schmeiß hier ins Meer rein 1000 Bits Bro ist krass Oh vielleicht die Maske raus Schmeiß dein Oberteil in dem Meer Hallo Sosa Digga Danke dir Kai Warte mit Scheiß was ist los Mann Schmeiß dein Oberteil ins Meer Digga Ja warte mach ich Und zieh die scheiß Maske aus Ja die Maske direkt hinterher werfen Ja ohne Witzinger Ja das machen wir So unser Plan ist jetzt Wir gehen jetzt beide zum Klamottenladen Ja Ich würde sagen wir lassen den Herr Toos hier mit dem Fahrzeug Weil mit dem Fahrzeug können wir jetzt nirgendwo hin Ja hast recht Und wir ziehen uns um Machen komplette Umstyling Maske alles möglich Alles neu Und wir würden uns dann bei dir melden Herr Toos Wie schaut's aus Ja ja Das heißt doch mal an Ja ja einfach so machen Alles klar Okay Sosa du kommst mir mit Nimm die Beine in die Hand Passt auf euch auf Passen sie auch auf sich auf Ja Ist das Auto auf Dann kann ich damit Digga ich sag euch so wie es ist Ja passt auf euch auf Jungs Danke Ich werde Egal ob ihr Piel oder nicht Marcel Heeres und ich Sind einfach Digga Ey 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 Sag dir so wie es ist Ey hör mir zu Hör mir zu Hör mir zu Ja ja Ich weiß ich bin bei dem Platz Und ich weiß du hast Stress mit dem Platz Aber meine Loyalität zu dir ist zu groß Dass ich nichts mit dir machen kann man Ey Danke dir Digga Ich hab jetzt auch mit Bitcoin geredet Vorhin Ihr wart auch anscheinend am reden Ja Und Bitcoin meinte auch Hat mir auch alles erzählt Und Deswegen wollte ich mich auch nochmal mit dir treffen Weißt du was ich meine Ja und ich komm schon verschissen in Treppen Du Ängste mit Musik aufentspannt Und vorne sind Verwendung Und reiß dich Kopf Alter Von dem wir 10 abgeknallt haben Naja Boah Was beschwerst du dich Alter Mehr Action kann nicht sein Was willst du denn Boah Action man Mein verschissener Schwanz Ist so klein geworden man Naja Action ist mein zweiter Vornahme Digga Merk ich Alter Jedes Mal kommst du nur so auf Demo Ideen Mann Boah Boah Glaub mir Das war nicht geplant Digga Das kam hyper spontan Ja spontan man Spontan Ein ganzes Arsenal voller Waffen zu Hause zu haben Oder was Ja Wallabilla Das war alles spontan Digga Ja Wir müssen jetzt so ein Klamottenladen Ja Ja Lass uns loslaufen Lass ein Auto klauen da vorne Wollen wir rüberschwimmen Ja lass rüberschwimmen Okay Jalla Jaddi So geil Heute wieder so ein krasser Darus kann man wieder so ein krasses Video machen Ich schwöre es euch Ich schwöre Egal Auch das RP Äh hier FIFA FIFA hatte gerade auch so ein Hype Aber ich sage ehrlich RP macht so Spaß man RP macht so Spaß man Wirklich RP macht mir so Bock zu zocken Gestern war nicht so krass mit RP Mit diesem Fail RP Aber dafür war heute Zehnmal so krass Und ich bedanke mich auch Dass es bei euch so gut ankommt Und für diesen ganzen Support 8.736 Subs Verdammt Immer geradeaus Ja 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 ich weiß Komm Weißt du was der mir vorne gesagt hat Bevor ich reingehen wollte Ja Der hat gesagt Da ist Verdacht Dass da viele Hier auf Langwaffen Die können mir einen blasen Digga So ein Ding ist das War nur die Karre Ja da Und Janik Danke dir wieder Für deine 5 Schade Danke dir für deinen ganzen Support Und Richtiger Schuld Danke dir auch für deinen Prime Und Heim Verdammte Scheiße man Viel zu viel Action Polizei ja Wir benehmen uns einfach Ist Kino reif gewesen Was wir da gemacht haben Ist dir das bewusst Bruder Jeden Tag Ein Kinofilm Ich sag's dir Ist das So ist das Wir sind einfach Unzertrendig Ich sag's dir Ist das Solche Sachen Passieren nur uns Ja Echt nur uns Chat Jetzt mach ich den Pfeifett Ich wünsch dir Pablito Wird auch so denkbar Ja Bruder Danke dir für deinen 1000 Bits Und Kai Auch mit 5 Subkits Verdammte Scheiße Mann Die sind über den Kopf Nein nein Nicht zum Platz Nicht zu dem Platz Nein nein Hier Klamottenladen Hier Umziehen man Umziehen Jalla Kai danke dir Für deinen 5 Subkits So Einmal umziehen Ja Komplett Digga Also ich mein's Wirklich Zieh dich mal Komplett um Digga Andere Rose Alles anders Ja mach ich doch Digga Danke euch Für den ganzen Support Ich küsse eure Herzen Oh ich hab nicht genug Geld dabei Ich hab minus 3000 Wie viel hast du dabei Ich hab minus 5000 Oh ne wir können Ey verdammte Scheiße Mann Oh warte hier ist ein Bankautomat Komm mit Oh 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 Ausziehen 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 Digga Aufziehen Oh ne Digga ey Einmal mit Profis arbeiten Scheiße man Digga wir sind so dumm Alter Wir laufen jetzt Du bist dumm Mann Hier vorne rechts ist ein Bankautomat Wir laufen jetzt da ganz normal hin Ja Okay Ganz normal Hier vorne rechts Wie ein normaler Zivilist Okay Zieh deine Maske aus Zieh deine Maske aus Digga Ja Warte Und jetzt Oder ne 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 Stopp stop stop Du bleibst hier drin Digga Du bleibst hier drin Nein Wir kommen Wir gehen zusammen Digga Du Ja Okay Komm Ja 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 Ey Marcel Ich hab gestern deine Mutter gefickt Ey ich auch deine Digga Ey 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 Ich hab gestern mit Sergels Mutter gefacetimed Digga Wallabilla Digga Wirklich Ey jetzt Ja Wie du hast mit seiner Mutter gefacetimed Wallabilla ich hab gestern mit seiner Mutter gefacetimed Digga Und dann Nichts woran Die musste zur Arbeit glaube ich Ich hab gestern mit seiner Mutter gefacetimed Digga Ich hab gestern mit seiner Mutter gefacetimed Digga Digga Bei mir steht Hier ist ein Geldautomaten Ah hier 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 So Der nächste bitte Bitteschön Verdammte Scheiße Und dann guck ich einmal auf mein Konto Ist wieder Monatsabo von deiner Mutter Onlyfans abgezogen worden Bin wieder blank Ja und wie kannst du dir das leisten Digga Ja du weißt schon man Ich bin der Typ der dir das Onlyfans leitet weißt du Ich mach die Bilder Deswegen Bist du denn schon volljährig Digga Dass du Geld verdienst Ja ich bin volljährig Ja okay okay Ey ich werde in zwei Monaten 19 Ja wer es glaubt wird es nicht Digga Aber ausschauen tust du wie 13 Wer warst für 13 man Was willst du mir eigentlich erzählen man Du hast nicht mal nen Bart Alter Du bist 33 man Du würdest seinen Arsch herkauen Du würdest Schnauze du Lockenkau Du würdest von Jappi wieder einen geblasen bekommen Damit du so alt bist wie ich halt Sei mal ruhig man Schnauze man Alter Aua Digga Ah da sieht man deine grauen Haare Oh nee Herr Trost Ja Herr Trost Jo Wie haben sie mich gerade genannt Ich glaube ich muss mal wieder bei ihrer Schwester anrufen Wie schaut es denn da aus Hat sie denn heute Zeit für mich Ah du bist mit deiner Schwester unterwegs Äh fang sie mal Oh Charlene Baby bist du das Warte mal Ich bin's Marcel Oder eher gesagt Big Dick Marcel So machst du deine Frauenhand du Vollidiot Jaja das ist die Schwester vom Herrn Trost Digga Ich hab keinen hochgefickt Richtig Weil ich davor noch die äh Sosa Schwester gefickt hab Digga Was willst du mir erzählen Alter Das einzige was du fix verdammt man ist Keine Ahnung Das höchste was du fix ist Kylo Alter Sei mal ruhig Scheiß drauf Digga Ich hab doch nur gesagt Warum ich keinen hochbekommen hab Der Chantal Danke dir für deinen 1000 Bits Und MX auch mit 1000 Bits Bruder Die XXL Kondome Jaja die hab ich gekauft XXL Jaja XXL Danke dir Danke euch für den Support Alter Oh Herr Chantal ich muss mich hier umziehen Keine Zeit für dich man So ne Scheiße hier Gib mal Gib mir mal dein Bruder Hey hey Pizza man Pizza man Pizza Pizza man Das heißt mal ein bisschen deine Schwester Im Griff haben Jürger Achso meine Klamottengröße Mein T-Shirtgröße Das hat sie mit XS gemeint Nicht die Kondomgröße Ne ne Shido und AP Danke euch auch Ja Hast du den Shot gemacht oder was Zieh die schon mal um Soße Ja Durch Oh du danke dir auch Danke euch allen Äh Okay stimmt 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 Ja ja So machen wir das Ja ja Okay Okay Also Ey Wie findest du mich? Ja Schaut sexy aus Sehr egal Passt Sehr gut Ja wir ziehen uns doch um Herr Toast Wo ist das Problem? Danke euch Ja er hat mich gefragt Wie es ihm steht Und ich hab gemeint Ich hab so lange nicht mehr gegessen Alter Es tut so gut Ja 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 Alles klar Herr Toast Wir machen jetzt gerade Gleich eine Anzeige Und dann rufen wir sie zurück Alles klar Alles klar Wir kommen gleich Ja Jojo Bis gleich Jo So Ey der Herr Toast Hat gesagt Sie soll eine Anzeige erstatten Dass mein Auto geklaut worden ist War Ampidia Jetzt Äh Oh Moment Digga Jetzt gleich Soweit ich mich umgezogen habe Hier Oh Oh nee Jetzt muss ich hier Du Idiot Die halbe Stadt sucht uns Und du willst So ein BD gehen Und Anzeige erstatten Die wissen doch nicht Wer wir sind Digga Die wissen nicht wer ich bin Ja du hast doch voll maskiert Ja aber die können doch Meine Maske Ja ich kümmere mich drum Keine Sorge Moment Du ziehst dir einfach wieder Eine Maske an oder so Weißt Oh Wieso finde ich hier Keine Klamotten Was soll das denn Digga Hallo Äh Geek Oh das fängt bei mir Alles Warte mal ganz kurz hier Ah Oh Hü Hm 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 Ne Oder doch Willst du essen? Nee Dann isst du Ich sag Nee Dann isst du Hä Ja ist doch Nee Ist gut Ja weiß ich Hab ich gemacht Nee Klassisch Nee Pizza ist gut Also wie du die gemacht hast Ist echt beschissen Nein Spaß Ist echt gut So als nächstes So als nächstes gehen wir erstmal noch zum Massengladen Jalak Okay Hallo Du bist gegen Gewalt Ja Was war gestern als du mich geweckt hast und mir ein Ding gehauen hast Doch 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 Er braucht Vorsicht Ja 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 Lüge Ich schwöre Lüge Ich hab mich gestern erst 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 Ganz normaler Tag man mach mal Radion alter Ganz normal Digga ich weiß auch nicht Hier Warte Oh Ihr Antenne Bayern Digga Was läuft hier Höh Ja Das hat sich gehört Digga Das ist Musik in meinen Ohrenhalter Lass es laufen Oh ja Ja Digga So drück auf Pause Digga Das hören wir uns gleich weiter Zieh dir eine anständige Maske jetzt an Aha Eine Vollmaske Digga Keine Bänder Ja ja ich weiß was du meinst man Ich hab eine Was sagst du Hier zieh dir was anständiges an was ist das denn Digga Oh hier Oh ne Hier was damit Digga Schaut aus als wäre es die Strumpfhose deiner Schwester hier mit drei Löchern Ja man Oh ja oh Digga Schaut dich scheiße man nicht so wie meine Schwester alter Ach komm scheiß auf dich man Tja Nuan dank dir für deinen fünfst Abgriffs Kuss Kuss Was denn da mit Digga Hier Der hier Ja das war gestern bei deiner Mutter über weil ich sie richtig ertragen konnte Du kleiner Mixer Digga Oh ne jetzt hab ich es nicht gekauft wegen dir Oh Mist Moment Jetzt klingelt auch unser scheiß Telefon Piss dich So hab ich jetzt die Maske Warte Nee Digga Warte ich es nicht gekauft So Ich hab sie Einfach ne Tüte um am Kopf Perfekt Digga Wer will mich so erkennen Bruder du hast noch deinen Gap auf das sieht komisch aus Ja scheiß doch Digga Schaut cool aus oder nicht Nein So geht das gar nicht klar Okay warte Warte Besser Schon viel besser oder Also Stück für Stück erinnerst du mich immer mehr an deine Mutter Mann Was einsteigen Kleiner Wichser ja mal einsteigen Boah Ich schwöre wir haben heute einfach ne Netflix Serie gedreht So ich mach Radio dann Oh ne nur zwei Forscher Digga Einer war unten man so lebt So die Scheiße Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Danke für deine 5 Subkus Grüß Und danke an die anderen Ganzes Tyrosch Beste Symbol Cowboy 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 Komm schon Jalla Digga Ja man Vollbild Mann Oh ne Kuh Digga Egal Vollbild Oh Oh haben wir Vollbild oder was Oh zwei Statoe Digga Schmutz Ja Paul Belltega I Ja Ja Passtate Ja Oh Ja Oh Yeah Oh Yeah Oh Oh Yeah Oh Yeah Oh Oh Yeah Oh Yeah Geil, das Lied, Digger. Immer her damit. Den mach ich rein in meine Palace, Mann. Auf jeden Fall. So. Moment, jetzt. Boah, ich muss meine Tüte noch passen. Ey, lass Stimme verstellen, okay? Ja, 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 ja. Moment. Boah, ich muss parken hier. Ey, pass mal auf hier. Boah, sorry, sorry. Ich hab 500 Bits und Kevin, danke auch mal für deine 5, Bro, kurz. Was war das hier jetzt? Der allein. Was war das hier? Ich hab ein bisschen entspannt euch mal, ey. Ich hab eine Maske, Mann. Was geht denn hier? Ey, wir sind schon vor dem Ding. Wir sind gleich da, ja? Wir sind schon vor dem, äh, vor der Zeit. Jo. Ey, was war denn das denn? Warum hast du mich einfach ohne Grund angefangen, ne? So, egal. Lass reingehen. Verpisst euch, ihr Wichser, Digger. Bruder, du fress immer. Sei mal nicht so frech, ja? Ey, hast du ein Problem mit mir, willst du, ey? Hast du ein Problem mit mir, willst du, ey? Komm, 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 komm. Ey, seid auch nur scheiße frech. Komm, 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 komm. Nee, 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 ich bleib schön hier, Alter. Besser ist es. So, gehen wir mal in uns geeinigt. Geh dir, Maske, Jalla, mitfangen. Verzielt euch. Yo. Hola. Was ist los? Wo bist du, wenn du das? Ich kann gerade nicht rumschneidend drücken, geh. Ja, ich bin mit Zepp, deswegen... Wie geht's euch? Wie geht's euch? Natürlich, natürlich. Ja. Rennen sie sich, rennen sie sich. Äh, habt ihr eine Polizei... Um Gottes willen! Was ist das denn? Was denn? Mein Name ist Luis. Er möchte eine Anzeige erstellen. Mein Name ist Luis, de Babel von Franzose. Alles klar. Äh, was auch immer, ey. Diese Typen, die gerade hergekommen sind, die sind ziemlich skrupellos, denke ich mal. Ich bin mit der Maske, bitte. Der Herr... Ja. Ich will die Maske abnehmen, am PD. Warum die Maske? Das ist meine Maske. Warum ich muss die abnehmen? Weil sie hier am Polizeipräsidium in Ordnung sind. Und sie die Maske abzusetzen. Mann, ist doch meine Maske, was soll ich denn tun? Entweder verlassen sie hier das Grundstück des PDs, oder sie ziehen ihre Maske ab. Das ist einfach Einstein als Ehe. Das steht sogar fucking normal im Gesetz, können Sie auch nachlesen. Das steht im Gesetz, oder was? Ja, ich hab gesetzlich gelesen, Mann, verdammt. Ja. Ja, sonst geh ich kurz weg, sonst. Ja, komm, plan. Machen Sie das. Ja, ich geh kurz weg. Ja, los, los, los. Lauf sie rein, Mann. Scheiße. Ah, Entschuldigung. Au, was soll die Scheiße, ey? Was ist? Oha, ein Eis. Kuss. Kurz und zwei Sekunden einen RP-Charakter erstellt. Mit einer 详�ungς Untertitel. Impfung. Hallo Monsieur, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Tag, ok? Genau. Verdammte Scheiße, wie läuft die Kacke jetzt? Jo, ich habe jetzt Anzeige unbekannt gestellt, also dass mein Fahrzeug geklaut worden ist. Sehr gut. Und jetzt sind wir fein aus dem Schneider, weißt du das fein? Ja. Jetzt haben wir auch ein Alibi und können jetzt wieder frei herumlaufen. Verstehst du sowas fein? In der Zeit sind bei dem Platz so viele Sachen abgegangen, man, alles. Aber die Scheiße, die wir gemacht haben, waren krass. Ja, was soll bei dem Platz abgegangen sein, Digga, was haben die denn gemacht? Ey! Wir müssen wegfahren, ich muss über die... Ey, unsere Karre ist weg, Mann! Oh, egal, der Toast kommt jetzt gleich. Verdammte Scheiße, was knallt du dir die Platz ab, Mann? Bruder, ich habe mitbekommen, dass die Platz in 31er bei mir gemacht haben. Und ich sag's dir wie ist es halt, ich lass mir das nicht gefallen, Bruder. Wie eine Rechner? Die haben mich versucht zu töten. Wie zu töten? Ja, die Platz... Ich habe so viel mitbekommen, also von sehr vielen Quellen, dass die versucht haben, mich Ampyr zu töten, weil ich irgendwie angeblich gegen die war, was nicht stimmt, ja. Und da haben sich die ganzen Platz gegen mich aufgesetzt, ja. Dann habe ich gestern mit Mahmoud zusammen Rache genommen. Und... Wallabilla, soweit ich hier stehe, Digga, wir haben jeden einzelnen Platz geholt. Wie viele waren das? Ungefähr 13, 14 Leute. Bruder, die haben zu mir gesagt, die haben nur 4 geholt. Ne, äh, 7 an der Hood gesniped und 2 Helikopter abgeschossen, jeweils mit 2, 3 Leuten immer. Und dann noch ein Fahrzeug, guck ihr denn. Mit 4 Leuten oder so, 3 Leuten. Also wir haben ordentlich, wir haben ordentlich viele Platz geholt, Digga, ordentlich hier. Dann haben die mich angelogen. Und dafür haben zwei Männer gereicht, verstehst du, was ich meine? Du bist bei Leuten, Digga, die Schwierigkeiten gegen zwei Personen haben, verstehst du? Ich bin aber nicht da gewesen, Mann. Ja, ich will ja nicht sagen, Digga, weißt du, was ich meine? Und... Ach, du mal, der Bitcoin habe ich ja nur zum Automat. Was wollte der? Ich guck mal ganz kurz zurück. Bitcoin, ich wünsch. Ey, die dürfen uns hier nicht zusammen sehen, Mann. Hm. Ey, ich bin grad mit Sosa unterwegs. Ich hatte mit Sosa grad ne Schießerei gegen Polizisten. Wir haben ungefähr 15 bis 20 Polizisten getötet. Digga, Chat, neues YouTube-Video. 15 Polizisten getötet. Schießerei gegen Polizei. Ja, ja, ja. Es ist aber wahr, Digga. Ja, ja, der Sosa blüht hier gerade richtig. Er ist schon ein bisschen grün geworden, so wie ich gerade sehe. Wenn die Platzes herausfinden hat, Sosa Schwierigkeiten. Das dürfen die nicht herausfinden. Ich glaube eher, dass wir uns zusammen treffen und das klären, Digga. Verstehst du, was ich meine? Alles klar, Digga, alles klar. Ja, warte gleich. Er schickt uns jetzt einen Tisch mit, ja? Wir fahren da gleich hin. Hast du noch was vor? Hättest du mich auch getötet? Weh getötet. Nee, nee, ich habe dich versucht anzurufen. Ich habe Pablito versucht anzurufen, um das anzukündigen. Ihr seid beide nicht angegangen. Ja, ich wollte euch vorwarten, weißt du was ich meine? Du warst anscheinend nicht nach, Digga. Heres? Ja? Du hast gerade ein großes Problem. Ja? Was denn? Die Cops unterstellen dir die Geiselnahme von mir, weil dein Urus stand unten vor der Tür. Ja. Die haben unten schon eine Halterabfrage gemacht, kam dein Name raus. Dann habe ich versucht, jetzt gerade den Cop davon zu überzeugen, dass ich dich ja angerufen habe, weil ich ja die Halterabfrage gemacht habe, weil ich ja mit dem Wagen zur Dienststelle gefahren bin. Dann kam Heres dabei rum. Ja. Dann habe ich dich angerufen und du hast zu mir gesagt, wie, wo war mein Auto? Der müsste zu Hause in der Garage stehen. Ja. So. Und weil die gehen jetzt davon aus, weil das Auto da war, bist du das gewesen. Das kann ja nicht sein. Ich habe den ja gerade angerufen, ihm bescheid gesagt, dass ich sein Auto irgendwo gefunden habe, damit eben zur Dienststelle gefahren bin. Und er hatte sich gewundert, warum generell sein Auto irgendwo steht, dass ich es mitnehmen kann. Hm. Hm. Na. Oh. Gucken, ob der mir das abgenommen hat. Was mit dem Kollegen da hinten? Der hat das alles hier gerade mit, weiß das nicht. Nein. Bundeswehr ist eine Einheit. Okay. 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 Ja. Was machen wir jetzt? Der Bitcoin wartet auf uns. Ja. Super. Wo ist denn der? Der hat mir einen Dispatch geschickt. Lass mal da hinfallen, ja? Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Ich glaube, dieses bin ich sicher. Ja. Du fährst. Jo. Noch besser. Ich glaube, so ist... Nee, nee. Du fährst in den Wagen. Oh. Mein Name ist Monsieur Bordeaux. Ach so. Ja. Sorry. Wie Bordeaux ist Ihr Name? Monsieur Bordeaux. Ja. Können Sie sich nicht einfach Monsieur Baguette nennen können? Nix Baguette! Ich nix. Ich nix als Baguette! Ich raste hier gleich aus. Geht mal weg von der Karte. Monsieur, Sie kriegen Ihr eigenes Auto nicht auf, oder was? Doch. Sehen Sie doch. so bitte einmal anstand ich möchte nicht viel reden ja wir haben ein bisschen musik oder mit der karne verfolgen die uns die ganze zeit danke für fast 8,8 krass habs diga dieser geist kann mein gps ist weg sagt du fix grad der alte diga oder verspreche mir dass du es niemanden sagst ok ich bin grad bei einer alten mann und ich wollte nicht wissen und ich will nicht dass alle wissen wo ich bin weißt du bei wem ist eine relativ bekannte weißt du warum ich bin mal erhalten man verdammt ich bin erhalten was ja mit dem alten für den alten freund oder nach bei einer alten ja die alte ballern man die wissen so zu 100 prozent cool das ist meine wahre gestalter tost wer sind sie ich bin mister bitcoin oder sie haben sie gar nicht wieder erkannt nun meine andere seite wurde zum vorschein erweckt ich bin jetzt das kali kartell und meine männer sind da hinten wollen wir uns das mal anschauen oder was ich bin der baule niemand anderes beleidigen und zu irgendwelchen anderen leuten rüber gehen und beleidigen ok ich habe die sache heute auch so gefährlich ich habe alles gut fritz schnauze Verdammt! Jo Mann, wen seh ich denn da? Antoine Burz! Ah, wer bist du denn? Verdammte Scheiße, du weißt nicht, wer ich bin? Natürlich nicht, du hast komischen Maske. Big Sosa, Mann! Big Sosa! Was geht ab? Sosa ohne Roten! Dein IQ kommt aus Schädeldecker raus. Das ist mein IQ sehr hoch, weißt du. Schau es dir an, Mann! Soos? Hm? Der Fries ist wieder frisch oder was? Seger, diese blauen M&M sind so krass. Sieht alle gut aus. Danke. Nö. Ich hab meinen alten Mann nie verloren, leider. Und hab ich Business Popping, mein Freund. Was ist denn Business Popping? Fritz, geh dich bitte umziehen. Gehen wir denn nach Hause? Ähm, alleine? Ey, Sosa, hat er es dir abgekauft, Digga? Nein, auf gar keinen Fall. Mögen wir denn mit? Gar auf keinen Fall, ne? Benjamin, kommst du mal mit? Yes. Ja, aber warum sind die M&M alle so skimpisch bei dir, Digga? Ich versteh das nicht. Ich auch nicht. Boah, wenn du sagst, du bist da und da, dann bist du dort, Digga. Ich versteh das nicht, Digga. Ich versteh das nicht, Digga. Ja, natürlich, natürlich. Und sie? Oh, einen sehr genehmigen Tag. Super. Ich hatte ein bisschen Dings. Interaktion mit meinen Freunden. Chat, ich soll keine anderen Leute beleidigen. Ah, ah ja, okay. Bin ich erreicht. Natürlich. Ist das die Frau Fischer? Wie freimautet das, wenn ihr das seht? Nein, Helene. Wenn sie auch mal irgendwie, sie wissen schon, dann ruft sie mich an. Ach so, ach ja, okay. Ich teile mein Vergnügen gerne. Ja, aber da, wo sie schon reingedippt haben, hab ich kein Interesse mehr. Dankeschön. Weißt du, wo die Schleife ist? Komm da hoch, Digga. Hey. Ja, 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 komm da hin. Bis gleich. Hey, wie geht's, Alter? Und das ist immer noch EP. Oh, leg auf, Isco, Digga. Ey. Kommt Isco hierher? Ja, ja, Isco kommt hierher. Besser, Mann. Ja, ja. Ey, mach Wut auch, Digga, ja? Isco. Isco. Leg auf, du kleines Ratschloch, Digga. Oh, Dig. Ey, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Werzer. Isco besser, Mann, Mann. So, der kommt jetzt. Hast du schon mal was von dem Kali-Kartell gehört? Willst du da rein? Nee, ich will da nicht rein, Digga. Aber hast du da schon von dem gehört? Ja. Bitcoin hat gesagt, er will das übernehmen. Du hast keine Ahnung, was für eine Macht Bitcoin mit dem Kali-Kartell hat, Digga. Das kannst du dir nicht mal ausdenken. Was ist denn los? Digga, das Kali-Kartell. Wir gehen jetzt zum Lagerfeuer, kommt der? Ja, ja, lass mal zum Lagerfeuer. Okay. Wir haben eine Welle angefangen, Marshall. Auf jeden, Digga, auf jeden. Wenn du wüsstest, wo ich in Sosa gerade noch drin gesteckt habe, Digga. Boah. Ich hoffe, nicht in einer Dame, Merda. Äh, das nicht, Digga. Nee, in einem Kilomet. Okay. Ach, Merda. Wo wart ihr drin, ne? Sosa, ich wusste nicht, was du alles mit einer Pistole anstellen kannst, Digga. Weißt du, wie es ist, Mann? Der andere Scheiße, Mann. Ich kann alles mit einer Pistole anstellen. Sosa ist auch sportlich, sieh. Vorsicht! Äh, Olaf. Nicht, dass du dir was brichst mit deinem Knochen, Digga. Äh, äh, äh. Aua! Aua! Äh, Sub-Only-Shirt, bitte. Geh nichts für naht ins Feuer, sonst kriegst du einen heißen Hinter. Ey, pass auf. Ey, Sosa, bitte. Pass auf, Sosa. Bitte, Digga. Ja, die Glück im Unglick, Merda. Boah, ich bin da rüber, Moment. So, setzt euch hin. Was läuft hier für ein Film, Mann? Äh, ich weiß nicht. Ja, wir haben gerade so Schwierigkeiten. Ich wollte mit Sosa mich treffen, wie verabredet, ne? Wollte das mit dem Fan, Digga. Ja, wir waren oben in meinem Büro am Business Tower. Äh, auf einmal stimmte die Polizei rein, ohne Durchsuchung oder ohne irgendwelche Beweise. Und haben mit der Waffe auch nicht geschossen, ja? Ey, Jungs. Kleine Heimeldung. Platz für mich Blatthaufen. Die Platz wollen nicht Blatthaufen, Digga. Wenn die mich Blatthaufen wollen, dann sollen sie es machen. Warte, warum? Warum wollen sie das tun? Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe gerade gefragt. Mit welcher? Aha. Weil du mit Zivis unterwegs bist. So. Ja. Bitteschön. Jetzt schreibe ich vor, woher sollen sie das wissen. Das. C. Fuck, ich bin lieber, Mann. C. Vielen Dank für den Prime. Verdammt. Das. Okay. Pablito. Warum wollen die mich Blatthaufen? Weil du anzeigend mit einem Zivis, mit einem Freund unterwegs bist, mit einem Zivilisten. Und woher sollen sie das wissen? Keine Ahnung. Und die meinen auch, weil du dein GPS abgelegt hast. Verdammte Pendejo, warum legst du dein GPS auf? Ich habe mein GPS abgelegt, weil ich zu ner Olle gefahren bin. Ach du Scheiße, Mann. Es ist auch egal, verdammte Scheiße. Ich bin nicht, äh, der Dinger, verdammte Scheiße. Der Staatsanwalt auf jeden Fall. Ruf ihn jetzt an, okay? Ruf ihn an. Sag, äh, du hast bei einer Sache Hilfe gebraucht. Es war dir peinlich, verdammte Scheiße. Weißt du, weißt du, was ich... Bruder, ey! Wenn die mich dafür blood outen wollen, dafür, dass ich unterwegs war bei einer Eulen, dann sollen sie mich blood outen, Bruder. Mach's los, ja, ja, ich hör dich, Digga. Ja, du... Wenn die mich wegen so ner Kleinigkeit blood outen wollen, dann sollen sie, Bruder. Verdammt! Ey, ey, ey! Geh weg, Digga! Oh, shit! Okay? Ey, hörst du mich? Warte, komm mal ganz kurz runter. Hörst du mich? Ich hör dich, ja? Hier rührst du gleich. Gibt's gegrilltes Äffchen. Hör mir einfach zu. Mach einfach das, was dir gesagt hat. Ruf ihn an. Ich ruf niemanden an, Mann. Wenn denn, dann ruft er mich an. Danke für meinen Sub bis November. Ja, ich weiß Bescheid. Der Grund ist, dass du mit Zivis unterwegs warst. Anscheinend schon, ja. Obwohl sie es nicht mal wissen können. Selbst wenn sie das wissen. Warum darfst du jetzt nicht mal mit Zivis unterwegs sein, Werder? Verstehe ich nicht. Nun ja. Ich möchte eine Sache jetzt loswerden. Susa. Ja. Wir kennen uns jetzt schon etwas länger. Okay. Du bist echt ein guter Typ. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Du bist der Bruder von vielen hier, die gerade hier sitzen. Ja. Du bist auch gleichzeitig bei dem Platz. Eine sehr, sehr schlechte Mischung. Gute Menschen sollten mit anderen guten Leuten umgehen, umgeben sein. Und Leute, die dich töten wollen, weil du mit Zivis abhängst, lächerlich. Ich sag dir ehrlich, offen und ehrlich, ein gut gemeinter Tipp von deinem Bruder Mahmoud. Nimm den an. Schließ dich lieber stabileren Brüdern an. Hab Vertrauen in mich. Ich rede erstmal mit denen. Und wenn die mir sagen, dass sie mich deswegen blattouten wollen, dann sollen die mich blattouten. Bevor dich jemand tötet, sterben 50 andere. Ich hab eine Idee. Deinel fasst meine Soße an. Ich hab eine Idee. Deinel fasst meine Soße an. Ich hab eine Idee. Deinel fasst seine Soße an. Alles klar. Wir können doch Soße hinschicken, aber wir beobachten das ganze Spektakel. Mit Snipern und Leibwächtern. Sie können ihn gerne, wenn sie wollen, rausschmeißen, aber getötet wird hier niemand. No. Nicht, weil er sich für das Richtige entschieden hat, Merda. Ich glaub, es wird Zeit, die MG wieder auszupacken. Boah. Ein MG? Boah. Also meine Spitätskarabine. Ach so. Also, ich sag erstmal hier, bevor wir irgendwelche Themen aufmachen, Herr Bitcoin, das hier zu meiner Rechten, das ist Isco. Und ich wäre dir sehr dankbar, als ein sehr guter Bruder von mir, dass du ihn ins Kalikartell mit aufnimmst, ja? Ja. Isco? Ja? Ey, hör mir zu, hör mir zu. Bitcoin. Isco ist ein guter Mann, ich kenn ihn. Ich lege meine Hand ins Feuer für ihn, dass er gute Arbeit leistet und dass er ein loyaler Typ ist. Ich kenn ihn. Ich hab mit ihm zusammen gearbeitet, er ist immer loyal gewesen. Und er wurde von dem Platz nie akzeptiert und trotzdem hab ich das Potenzial in ihn gesehen. Also vertrau mir, Isco ist ein guter Mann. Wenn du dem Platz... Ich bin der Letzte. Wenn du dem Platz nicht vertraust, wenn die Platz sagen, Isco ist scheiße, dann müsste er für dich noch ein Vorteil sein. Richtig. Sir, danke für den Prime. Nun, ich sag euch mal so. Mir ist scheißegal, wie sich jemand anhört, wie er redet oder sonst irgendwas. Solange es die richtigen Worte sind, ist mir sein Akzent oder der Ton seiner Stimme egal. Ich unterschätze niemals jemanden an seiner Stimme. Und wenn ihr ihn mir empfehlt, dann glaube ich euch das. Isco. Verdammens, vertrau mir. Ja, Mr. Bitcoin. Sosa, hörst du das, was er sagt? Ihr beiden, kommt mal bitte her. Merkt ihr? Der Feind deines Feindes ist dein bester Freund. Si. Stellt euch bitte beide einmal vor. Kielang von Prime. Gute Nacht. Meiners. Ich bin Jaffa. Was geht Jaffa an? Stellt euch das? Nicht Jaffa an. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Anton Burtz. Anton Burtz. Anton Burtz. Das ist ja Torweger. Endlich hast du... Oh mein Gott. Geht weg vom Schatten. Oh mein Gott. Geht weg vom Schatten. Oh mein Gott. 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 Feuer Teufel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der blende immer noch. Merde. Sollen wir ausschiffen? Merkt ihr mit? Wir kommen. Und schon gibt's Feuer. Und das ist genau das Ding, warum wir hier sind. Wir sind einfach gefährlich, ohne was zu machen. Entschuldigen. Boah, aber einen Vorteil hat das, Digga. Es wird immer wärmer hier. Na klar. Merde, es ist viel heller. Oh mein Gott. Oh du trägst ihn. Das ist ein richtiger Mann, Merde. Er rettet seinen Bruder aus den Flammen. Du bist genommen, Merde. Du bist jetzt ein Kali. Natürlich, Alter. Und der Arme. Er wäre abgeaschter. Oh? Aber ich glaub, wir müssen nicht mehr zu helfen. Er riecht nach Krematorium, ey. Boah. Boah. Woher stinkt das hier, Digga? Verdammte Scheiße, kommen wir zurück zum Kontext, Alter. Richtig. Achso. Sie, Merde. Wir haben den Faden verloren. Den Faden. Was wolltest du sagen, Sosa? Ich will dir nur sagen, dass er ein guter Mann ist. Der Feind deines Freundes ist dein bester Freund, Mann. Sie. Sie. Jetzt ist die Frage. Toast. Wann lassen Sie mich machen, Merde? Wann können wir über den Stempel reden? Wann lassen Sie mich machen, Merde? Geht nicht zu anderen Chat und beleidigt oder irgendwie sowas wegen dem Blattop. Das ist alles RP. Guck mal. Da gibt es eine spezielle Person, an die ich vorbei muss. Guck mal, wie geil das heute war, diese ganze RP-Situation. Das war alles nur möglich, weil so Sachen entstanden sind. Genau wie Shorty Long damals. Da kann ich keine Garantie drauf geben. Das ist alles RP. Hey, du brauchst nicht zu irgendwelchen anderen Leuten rübergehen und denkst, wir sind auch nicht mehr privat zueinander. Das ist alles RP. Und heute hat so viel Bock gemacht. Seid doch froh, dass es so geiles RP heute gab. Statt zu irgendwelchen Leuten zu beleidigen. Hier fehlt einfach ein Kartell in diesem Staat und ich hoffe, das sehen die Leute auch ein. Das fehlt hier. Hört auf Frank zu beleidigen oder so. Wie wir jetzt weiterführen, was wir angefangen haben. Als allererstes muss ich... Oh, ne! Oh, verdammte! Oh, verdammte! Oh, verdammte! Oh, verdammte! Oh, verdammte! Marcel, Marcel! Wo bist du, Mann? Hey! Geradeaus, geradeaus, richtig! Ja, da! Ja, hier! Verdammte Scheiße, jetzt schon so ein... Warum immer Feuer, Jungs? Ey, was ist... Oh Gott! Ja, hier ist das gerade mit heißen Hintern. Oh, Digga! Was heiß, ey! Herr Marlos, ich hab auch einen Pool. Wollen wir uns am Pool setzen? Digga, lass uns mal lieber am Pool setzen, ey! Das wär's doch! Aber nicht ertrinken! Nee, nicht ertrinken! Ey! Sosa, ich hab deinen Arsch da rausgehauen. Wie Arsch rausgehauen? Äh, komm einfach hierher. Es zählt dir einfach nur ein Ultimatum, verdammte Scheiße. Wenn du in den Welt einst und dir kommst, hätte dir nur ein Ultimatum, dann fertig. Bruder, ich habe... Ey! Papelito, hör mir zu! Si. Mir wurde immer die ganze Zeit irgendwas vorgehalten von irgendwelchen OGs, Viz-OGs, die ganze Zeit, okay? Hey, hör mir zu! Lass mich erst ausreden, du hast die ganze Zeit geredet, okay? Was für ein Oblimatum oder irgendeine Scheiße? Verdammt, ich hocke hier und bin bei einer verfickten Chaya und die machen so Stress, weil ich mein GPS nicht anhatte. Warum machen die bei anderen keinen Stress, wenn ihr eine Stunde kein GPS anhabt, ne? Dann erklär ihm das doch, verdammte Scheiße. Sag ihm genau das, was du zu mir sagst. Sag ihm das, verdammte Scheiße. Ich bin gerade aber unterwegs und ich komme später. Ja. Ja, okay. Dann komm spätestens, sei in einer Stunde da spätestens. Okay. Ja. 40 Minuten, okay, verdammte Scheiße. Ich versuche es hinzukriegen, ja? Ja, weil, guck mal, ich sage jetzt, dass du kommst in 40 Minuten. Ja. Kannst du machen. Ja, sorry, ich habe außersehen aufgelegt. Ja, alles gut, ich wollte nur sagen, komm einfach her und sag ihm das genauso, verdammte Scheiße. Was du mir gesagt, sag ihm das einfach. Fertig. Ja. Okay. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Oh Gott. Ich bin einer von langsamen Sorte. Ja? Wollen sie hier runterpinkeln oder was? Äh, ne. Ich habe schon gepinkelt. Ey, Jungs, Jungs, könnt ihr euch mal zusammenreißen? Keine Telefonnummern oder sonstiges, Digga. Lass uns das mal erklären, ja? Jeder will seinen Weg jetzt weiter. Sieh, Hermanos. Wir müssen jetzt ein bisschen bei der Sache bleiben. Ganz genau, Digga. Ganz genau, Digga. Es gibt zwei wichtige Themen. Als erstes das Medellin-Karte, ja? Aber das scheint ja ein größeres Problem zu sein. Das zweite Problem ist so, Digga. Kalika. Ja. Und das zweite Problem ist so, Digga. Ich kann ihn nicht wieder in die Stadt schicken, ohne zu denken, dass ihm irgendwas passiert. Versteht ihr, was ich meine? Weil die Blatts machen anscheinend 930er, oder? Na, wenn die... Ey, damit so... Ich werde... In 40 Minuten muss ich bei dem Blatt sein. Ja. Und da werde ich denen erklären, dass ich einfach bei einer Chaya war. Das Ding ist, die können mir das aber auch nicht... Ähm, weißt du? Wie sollen die das widerlegen? Ja, Bruder, das... Ich war in derselben Situation, Sosa, und die haben das widerlegt. Ey, Anton. Alles gut. Ist vorbei. Komm mal mit. Sosa, ich würde dir das echt noch antun, Digga. Ich frage dich als Bruder. Einfach als Bruder, Digga. Siehst du dich weiterhin bei dem Platz, oder nicht? Ich als dein Bruder sage dir, ich sehe dich da nicht, Digga. Ich sehe dich da nicht. Ich weiß, was du meinst, Mann. Aber diese Truppe gefällt mir auch sehr gut. Isco ist mir ans Herz gewachsen. Mach Mut, du! Ja, Mann, schließ dich uns an! Hi! Wir haben... Du hast immer einen Platz frei. Ich trage mich. Danke.